Hallo Christoph! Wie gehts? Ja, geht so. Nervös? Ja, es geht eigentlich. Sie wollen einige letzte Worte sagen zu Familie und Freunde. Bye-bye Mama. Bye-bye Mama, bye-bye Family. Aber ich denke, ich werde gut ankommen wieder. Ciao! Hast du Spaß? Oh je, zwei Kameras. Hilfe! Ciao! Hoffentlich nicht der letzte. So. 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 We Kato. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.